... zu scheffeln. Aber einer von euch schickte mir einen Spion in mein Haus, als ich dachte, es ist doch genug für alle da. Es reicht, Slyro. Ich bin nicht hier, um mir Lügen anzuhören, während Serek Besh unsere Gewürzrouten ausbeutet. Ein guter Sineköl. Ein guter Sineköl. Er kam immer zuerst, selbst beim Essen. Wenn er aufgegessen hatte, nahm er sich meinen Teller. Ich konnte nichts tun, nur zusehen und hungern. Worauf willst du hinaus? Wenn Serek Besh Partner sucht, dann vergiss es. Schon probiert, klappt nicht. Partner? Hast du nicht zugehört? Ich hungere. Und jetzt wird gegessen. Da ist nix. Ich weiß, Kumpel. Gib mir ne Minute. Das klappt schon, hm? Ich möchte auch nix sagen. Erstmal Futter. Ah, okay. Geht schon los. Ja, müssen wir mal gucken, was wir die Kamera machen. Ah, ja. Kamerabewegung. 70 FPS. Ich denke, es ist noch in Ordnung. Können wir den schon, ja. Wir können mal eben fix die Einstellungen durchgehen. Ähm. Ja, das ist noch eine Gegengeschwindigkeit. Lassen wir das auf Standard. Lassen wir den Blasen immer perfekt abkühlen, damit du dich... Ah, ja, okay. Ja, machen wir natürlich aus. Immer Sprint machen wir aus. Schutz vor Stürzen. Leg fest, okay, ein gefährlichen kann automatisch anhält oder nicht. Ja. Lassen wir mal an. Entferne die Leid. Was wird das? Lassen wir mal lieber an. Äh. So, Minispiele. Okay. Achso, es gibt ja auch Minispiele, okay. Schnellmode, das ist ein Hilfsprotokoll. Lassen wir mal aus. So, Hacken. Oh, Hacken. Das wird ja wieder interessant werden. Äh, Hackversuche Standard. Aktiviere oder deaktiviere nach der Freischauen-Case. Beschwatzen-Fähigkeit, okay. Ja, wir beschwatzen einfach alle hier. Ferdaddy, guten Abend. Guten Abend, guten Abend. Ähm, Ionen, links dazu. Erst das, glaube ich, einfach mal aus. Rechts links zurück. Erst mal ein Video. V-Sync ist aus. Rahmenloses Fenster. Hm, okay. Kinomus 21.9. Framerate. 5 Sekunden fest. So, 170 Hertz. Das ist alles gut. Entweder Reflex, das machen wir aus. Kann meine Karte sowieso nicht. Bis jetzt, guck mal, bis jetzt brauchen wir 5,7 Gigabyte. Das ist ja, war doch im Rahmen, ey. Upscaling-Typ, nehmen wir Entweder DLSS. Und, äh, hier machen wir auch einfach mal präforierend auf Performance. Einfach wahrscheinlich, weil es besser ist als Qualität. Weil Qualität eigentlich schon geil wäre, ne? Äh, aber ich weiß nicht, ob das so sinnig ist. Äh, wir machen erstmal Performance. Und später gucken wir uns mal die Qualität an. Okay, einmal zurück. Grafik an sich. Qualität ist hoch. So, Schärfentiefe. Äh, verschwimmen wir, ja. Ne, wir machen das auf, oder? Kann man das nicht ausmachen? Bewegungsunschärfe, Intensität, so. Das Objekt wird zunehmend verschwimmen. Je weiter vor oder hinter dem Fokus... Ne, das machen wir weg. Wir wollen das ja nicht verschwimmen. NVIDIA RTX Direct Lightning. Was ist das denn? Schalte die hochqualitative dynamische... Äh, Mittel zu Weightracing. Achso, Weightracing ist aus. Heißt das jetzt anders? Heißt das Direct Lightning? Okay, wir machen das mal niedrig. Äh, das wichtigste Lichtquellen an der Szene identifiziert und physikalisch korrekt rendert. Okay, ja. Machen wir mal. Machen wir mal niedrig, ne? Gar nicht so wild. Was denkst du, warum 60 FPS hast? Ja. Äh, ja. Wegen NVIDIA DLS Performance. Wahrscheinlich deswegen, ne? Melo-Quiz haben wir schon guten Abend. Äh, Änderungen übernehmen. Ja, dann werden wir gleich mal checken. Beiweilen. Oh. Boah. Hatte ich 20 FPS verloren. Uh. Ja, wir warten mal ab. Äh, ja. Wir warten mal ab. So, Benutzeroberfläche. Äh, Standard-Voranstellung hat Symbolen. Wobei, da müssen wir mal ein bisschen schauen, wenn das so weit ist. Boah, direkt 20 FPS verloren, ey. Wir sprachen. Ton ist noch gut. Äh, äh. Du, du, Du. Lautstärke da auch. Dynamicumpfragen noch hoch. Audio �ix, Auto. Ähm. Treffer-Lautstärke, okay. Machen wir ein bisschen Musik. Das machen wir auch mal nochmal. Okay, alles klar. Ja, okay. Direkt 20 FPS verloren. Ist ja mal witzig. Oh, ja. Einiges von FPS verloren. Mal gucken, vielleicht machen wir dann RTX Dings mal aus. Okay, WASD. Was wir noch nicht geguckt hatten, war der... Da, Steuerung. Ach du Scheiße. Also, WASD ist vorwärtsbewegen, interagieren ist E, sprinten ist Shift, springen Leertaste, ducken C, gehen H, automatisch gehen N, ausweichen, Control, Rutschen ist C, aber C ist auch ducken, wahrscheinlich musst du rennen und C drucken, Gleiter rufen ist Z, okay, das ist sehr gut, Fernglas ist die 5 und V ist Nachkampf. So, Pistole nutzen ist dann G, G Pistole nutzen, Granate werfen ist... Hä? Linke Maustaste? Achso. Okay, Bescheid E, Pfeifen, T, Ausrüstung, U, Schlosskacken, ja, okay, Waffe zoomen ist ran, okay, alles klar, ja, gut, das werden wir den Rest immer hinkriegen, ne? So. Da ist nix. Fiole, ach, da stand Fiole, nicht Pistole. Jetzt muss ich mal im Fix gucken. Ah, Fiole, ich dachte Pistole, okay, weil... Ah, ja, okay. Alles klar. So, aber egal, wir gehen jetzt mal, wir laufen mal hier los. Ah ja, guck mal, wir können schon mal untersuchen. Nix hat Hunger, ich habe auch Hunger. Was haben wir hier noch? Naja, ich weiß noch nicht, wo ich hin muss, aber wir laufen mal überall hin. Äh, wir brauchen richtiges Essen. Ein bisschen eklig aus, ist mal da. Und wo ist das Geld? Äh, Kay, wir hatten halt Abmachung, es war nicht billig, die Polizei von dem Fall abzuhalten, aber du hast nichts geliefert. Ich habe jeden Hehler im Arbeiterviertel gefragt und du hast bei allem nichts zu schulden. Du musst mit ihm abrechnen, sonst wird dir, sonst wird mit dir abgerechnet. Ich gebe dir drei Tage, okay, drei Tage, dann müssen wir irgendwie Geld beschaffen. Alles klar. Ist das eine Aufgabe? Ne, ne, ne. So, alles klar. Wir müssen hier lang. Können wir das aufmachen? Ist hier was zum Looten? Scheinbar nicht. Wir laufen hier lang. Wo ist nix? Da ist nix. Nix läuft vor. Da kommen wir nicht hin. Wahrscheinlich müssen wir einfach da lang. Naja, nix sagt, wo es lang geht. Der zerbrochene Huf, okay. Ah, hier geht es schon weiter. Du lässt dir viel Geld entgehen. Ich kenne sie nicht. Gefällt mir nicht. Sag Bescheid, wenn sich das ändert. Na, Bram? Ist das für mich? Ich will auch so ein Tier haben. Aber das hier. Ah, mein Datenstift. Ja, er ist kaputt. Ich habe ihn von einem Schrottsammler auf dem Markt. Er sagt, er hat ihn im Gebiet der sechsten Sippe gefunden. Und gleich wirst du sagen, ich soll mich von der sechsten Sippe fernhalten. Du riskierst dein Leben. Anderer Text, selbe Botschaft. Du bist allein, Kay. Und du ziehst ständig riskante Dinger durch, die leicht schief gehen können. Wenn es gut werden soll, muss man es selber machen. Ich verstehe es ja. Du hast viel Pech gehabt. Pech? Ich habe keinen Job, kein Geld und ich wohne auf einem Dachboden. Bleib doch heute Abend im zerbrochenen Huf. Mach dir was zu essen. Und ich besorge dir einen kleinen, einfachen Auftrag. Oder du gibst mir einfach den Auftrag von deinem Datenblock da. Netter Versuch. Dann eben das hier. Nimm ein paar Kredits. Für den Datenstift. Schon gut. Dann verrechne ich es mit deiner Miete. Ich sagte schon gut, Bram. Also Miete. Ich muss Miete bezahlen. Ich hoffe, ich muss nicht jedem meine Miete verdienen. Naja, hier geht es anscheinend mit Pferderennen los. So, Interaktion ist hier nicht. Ah doch, hier. Wetten. Oh, wir können wetten. Die Tribünen sind gefüllt. Ach, die laufen alleine. Ich wollte gerade sagen. Kurz irritiert. Guck mal, Twiggy. Kay wird schon gefeiert. Kaum verlässt sie das Haus, wird sie gefeiert. Mit Feuerwerk. Weißt du Bescheid. So. Mit deinem kaputten Datenstift kommen wir nicht weit. Komm nix. Wir gehen zu Brebern. An anfangen. Repariere den Datenschift. Daten brechen in den Club Tasos ein und stehen die gefälschten ID-Karten aus dem Safe. Naja. Mit etwas Glück kommen wir damit auf ein Shuttle zu den Kernwelten. Na dann. Okay, also jetzt sieht das schon mal ein bisschen anders aus als gerade eben. So, hier. Was haben wir da? Verbrauchte Energiezelle. Also wir können auf jeden Fall irgendwelche Sachen looten. Der Kanto Cup war gut für mich. Hab am Faktiertisch. Okay, also springen. C schleichen. Ah, guck mal hier. Eine geile Rolle. Okay, kann die auch. So, rein guckt man hier bei links hoch. Hier vielleicht. So, verbrauchte Energiezelle. Gibt es da ein Inventar? I ist für Inventar oder Ausrüstung in dem Fall. Ah, Inventar, genau. So, es gibt Materialien, Kernstücke, Wertgegenstände. So, wir haben galaktische Credits. Es gibt verbrauchte Energiezelle. Dieser Gegenstand hat keine Nutzen und kann bedenkenlos verkauft werden. Okay. So, wir haben wie viel? Fünf Credits. Wert pro Einheit. Acht Credits. Okay, die können wir schon mal verkaufen. Das ist schon mal geil. Questgegenstände. Dann haben wir den reparierten, beziehungsweise den defekten Datenschiff. Den müssen wir ja reparieren. Den Rest haben wir noch nicht. Ich denke, da werden wir gleich noch zu kommen. Generelle Ausrüstung. Ah, guck mal hier. Die können wir ja auch noch einkleiden. Warum ist das eigentlich immer alles so verschwommen? Das ist irgendwie ganz komisch aus, finde ich. Genau, die kriegt eine andere Hose. Dann kriegt die ein anderes Hemd und einen anderen Gürtel. Und dann gibt es noch einen Talisman. und einen Glücksbringer. Okay. Das sind die, die wir ausrüsten können. Dann gibt es einen Blaster. Den wir konfigurieren können. Oder verbessern in dem Fall. Ja, okay. Alles klar. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Hallo, du. Oh, du bleibst mein Liebster nix. Haha. Oh, ich kann's ja alles streichen. Hallo. Alles klar. Jetzt rennen die mir hinterher, die ganze Zeit, oder was? Da hätte ich die nicht streichen sollen. Achso. Ah, okay. Ja, nix. Guck mal hier, bring mir das. Ah, wir können die bestehlen. Guck mal. Wir können die bestehlen. Komm, wir bestehlen mal. Mal gucken, was passiert. Nix, bestehlen mal. Los, bestehlen ihn. In die Tasche, nix. Hahaha. Was hat die dem jetzt geklaut? Viel los heute. Die Polizei hat sich ja haufenweise Kredits abgegriffen. Nix, da drüben. Oh, geil. Guck mal, der holt mir das. Was bringt der mir? Guter Junge. Guter Junge, nix. Ja, ich habe die Jette für sie platziert. Oh, 31 Credits. Okay, das ist natürlich nice. Das darf ich mal mitnehmen. Okay, also mit Q können wir auf jeden Fall nix hier alles machen lassen. Okay. So, wir müssen auf jeden Fall hier mit angezeigt. In die Richtung müssen wir hin. Guck mal, ich will lang. Bring mir das. Ne. Erstmal, dass wir nix streichen hier. Oh. Oh, ja. Genau. Dafür, dass er mir die Credits gebracht hat. Ach so, das kann ich auch selber holen, oder? Ja. Okay. So, wir haben uns hier noch ein paar Credits eingesammelt. Hey, ich muss dir was geben. Den kann man bestellen. Den nicht. Aber hier war doch irgendwas noch. Na, guck mal hier. Ein paar Energiezellen. Ah, wir looten erstmal einfach alles. Was wir finden. Ah, das ist ja. Können wir erstmal alles mitnehmen hier. Hey, Raffi. Oh, pass ich das? Raffi 2512 sorgt in 49 Monaten. Der wichtigste. Des Maniamon, Des Maniamon aus Spanien. Der wichtigste. Aus Spanien. Dacht er. Ja, schönen Urlaub natürlich. Und vielen, vielen Dank für das Support aus Spanien. Hey. Come on here. Na, okay. Hey, Nufis. Ich hab zu tun. Hör mir einfach zu. Ich hab ne Stelle in meiner Rohrschraubermannschaft. Der Droide bleibt öfter stecken und ich brauch jemanden, der gut kriechen kann. Ach, da war ehrliche Arbeit. Tut mir leid, hab leider schon Pläne. 45 Monate. Ja. Hier hast du immer. Okay. Der Christian. Hier auch. Direkt im 49. Mit der Raffi direkt hinterher. Ey, danke schön, mein lieber. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Christian. Wie geht's hier? Möge der Saft mit dir sein. Ja, das, äh. Das auch. Das auch, Christian. Dankeschön auf jeden Fall. Ja. Direkt mal hier den, den Hyper-Twinno hier gestartet. So, wir müssen irgendwas hier machen. Wir konnten aber irgendeinen bestehen, glaube ich, ne? Oder nicht? Äh, also klar. 64 Meter. Ah, guck mal, hier kriegt man angezeigt. Ach, Tab das anschauen. Was ist Tab drücken? Wir machen mal das Journal auf. Journal, das ist die Quest, die wir machen. Haben Sie etwas Bestimmtes im Auge? Okay, F1 Hilfe. Händler. Händler verkaufen eine Vielzahl spezieller Waren und Ausrüstung. Über Informationen bis hin zu Materialien. Die Kay für die Verbesserung ihrer Fahrzeuge und ihres Blasters braucht. Das hört man natürlich gar nicht hier. Mach's wie in Enso und so kostenlos rein mit Prime Gaming im 41-Mont. Und eraute vor, ey Gott. Von Ticket-Opa.e. Hüübe-Train. Hübe-Upa. Gut, du hast den Bot einfach völlig überfordert, Janelsa. Dankeschön auf jeden Fall. Dankeschön für den Recype hier. Merci, merci. Auch einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir, Christian? Geht's dir, mein Lieber? Und dir auch, Janelsa. Einen wunderschönen guten Abend halt. Und danke, danke, danke. Geht direkt rein, hier. Wenn da schon der Train läuft, dann kannst du auch rein abonnieren. Naja, so ist es richtig. André. André? Hä? André? Dankeschön. Dankeschön, André, mein Lieber. Dankeschön, Dankeschön. Und willkommen zurück. Auch schon eben. Weitere 54? Alter, Alter. Wo sind die Monate hin? Ja, jetzt okay, siehst du es. Ja, ich wollte es sagen. Dankeschön, Raffi, auf jeden Fall. Siehst du gerade nicht auf dem Handy? Achso, ah, okay. Ja, genau. Star Wars Outlaws. Also es ist, wir haben heute aufgrund meiner, ich sag jetzt mal Kooperation mit Ubisoft, dürfen wir heute schon reingehen. Und offiziell für diejenigen, die es spielen wollen, geht es ab morgen theoretisch los. Solltet ihr Ubisoft Plus Kunde sein, beziehungsweise solltet ihr, glaube ich, die Premium Edition gekauft haben, dann dürft ihr auch schon ein bisschen früher rein. Aber ansonsten geht der offizielle Status am 30. Der Sundikat-Nahenstehende Händler zählt der Ruf. Die Waren sind teurer oder billiger, wie er es im Case-Ruf bestellt ist. Die Sundikat-Nahenstehende Händler bieten ihre besten Waren nur vertrauenswürgigen Kunden an. Okay, Kay kann zuhören, ob ihr WIP-Angebot erhalten, indem sie ihren Ruf verbessert. Überflüssige Gegenstände verkaufen, gestohlene Werkgegenstände eingeschlossen. Der Verkaufswert wird für den Ruf nicht beeinflusst. Manche Händler verlangen bestimmte Waren im Tausch gegen nützliche Gegenstände. Durch das Abgeben von vertraulichen Datendisks bei Händlern, die einem Syndikat nahestehen können. Okay, Verruf verbessern. Also ein bisschen Datendisks abgeben, um unseren Ruf zu bessern, um bessere Sachen zu halten. Okay, alles klar. Wir haben 31 Dings. So, wir können hier Sachen, diese Energiezelle einfach verkaufen. So, wir machen einfach vier. Wir sind im Geschäft. Direkt mal verkauft. Den Rest haben wir bestimmt noch nutzen. Zack. Da haben wir schon mal das erste Mal was verkauft. Können wir irgendwas klauen? Ne, komm nicht. Ja, ja, das ist fein. Das ist fein. Solange ich jetzt keine Werbung dafür mache oder innerhalb von irgendeinem anderen, dann auf jeden Fall. Also jetzt offiziell dafür ja auch machen. Äh, so. Ah ja. Hast du rechtlich? Halte dich einfach an die Abmachung. Keine Razzia im Südviertel, bis das geklärt ist. Hm. Haben wir den beklaut? Okay, verstehe ich. Aber wir gehen jetzt mal hier der Quest nach. Äh, 29 Meter. Hier gibt's aber noch einiges, ne? Achso. Dann bringen wir das. Willst du das haben? Ja. Ja. Oh, 24 Credits. Das war nice, ja. Okay, also den nimmst du uns die ganze Zeit, damit du den natürlich irgendwie, äh... Ah. Ich brauch auch so nix. Hm. Ich denke, du hast schon ein bisschen was gesehen, André, ne? Der Invert ist ja heute, äh, auch schon um, äh... Ich hab nachts scheinlich die Rennvorbereitung vorbereitet. Äh, um zwei reingegangen, ne? Wollen Sie sehen, was ich auf Lager habe? Ah, okay. Was verkauft die denn? Achso, kaufen bitte. Äh, Bacta, Fiole, Verbrauchsgegenstand, heilt Kay über kurzem... Ah, guck mal, damit können wir uns heilen. Wir haben schon zwei... Okay, wir Fiole sind zum Heilen, ja. Okay, nice. Wollte mir nicht Spoiler lassen. Okay. Der Invert war heute, äh, Mittag schon drin. Hab ich gesehen. Hä? Ach komm, du sollst doch nur den Datenstift reparieren. Urlaub. Hopp, hattest du. Warst du weg, Andre? Danke für den Halbzell, ihr Lieben. Auf dem Kämmerplatz, oh geil. Ey, dude, auch einen wunderschönen guten Abend, ne? Und ein paar Kredits.